Oder Theo? Vor allem, ich habe die Raketen extra gelb-grau designt, dass es halt so Bienchen-mäßig aussieht. Und das ist mega. Ich komme. Oh, ist das nicht cool? Ich liebe, dass wir ein Feuerwerk machen. Du musst auch die Boden gucken, wenn du eine Rakete setzen willst. Das wird bestimmt euer Jahr. Werdet ganz viel erreichen. Vielleicht werdet ihr Präsident der Vereinigten Staaten. Das immer. Wer weiß. Da wir gerade fertig sind mit dem Sabaton, der Silvester-Sabaton 2023-24, habt ihr hier noch einen Moment. Hear me out. Hear me out Sage. Messgerät. Wie groß du bist. Kennst du diese Messwagen beim Sir? Beim Arzt? Hi, ich bin jetzt Arzt. Wie hat mein Gehirn diese Verbindung gemacht? Ich habe keine Ahnung. So Freunde, Feuer angesagt. Ja, wo seid ihr? Ich bin jetzt. Komm hoch. Bitte, 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 bitte. Wer ist da unten? Bitte, bitte, bitte. Nein. Alter, war das knapp. Ich glaube, ich werde ganz dumm. Natürlich macht es keinen Sinn. Das sieht einfach nicht schön aus. Das stimmt. Das stimmt. Wie du so freundlich und motiviert sagst. Das stimmt. Richtig nett. Das ist ein Schaf. Boah, das müsst ihr jetzt in die Geschichte aufnehmen. Ich habe ein Schaf getötet. Das ist automatisch passiert. Ich weiß es nicht, wie das ist. Scheint, ich habe meine E-Mail-App geöffnet. ZBITS. Soll ich dir eine E-Mail schicken? Nein. Bombastik Zeit-Eye. Digger, kann der alles gleichzeitig anklicken? Zeit-Eye. ZBITS, man. allen. zBITS, man. ZBITS, man. Das war das alles. Ah, die Schilder, aber die sind noch nicht da. Okay, das war der nicht. Jetzt, jetzt. Ah, geil. Ah, lieb mir. Ah, ist meine Kamera ausgegangen? Ja, ähm. Upsa, meine Kamera ist ausgegangen. Habe ich gar nicht gemeint, ich habe erst das, ich habe erst das Dings gehört, das Geräusch. Äh. Ist das ein Clip wert? Ja, dann machen Clip. Nicht mal drei Meter. Ah, du. Ah, wie Link gestorben ist. Guckt ihr, habt ihr es gesehen? Wie er nach vorne gefallen ist und seine Arsch gezeigt hat. Du, also wir machen folgendes, Sarah, ja? Du läufst vor uns und wenn der Geist angreift, dann schmeißen wir dich nach vorne und gehen weg. Ja. Ja. Da finde ich auch, ja. Ey, du kommst durch die Wand. Ich bin für nichts zu gebrauchen, ich weiß. Ja, nicht, dass du am Ende stirbst, ja. Sie heißt Alex. Ja, wenn ich sterbe, wäre halt nicht so geil. Junge, was macht ihr denn? Oh mein Gott. Wie immer. Wie immer. Der ganze Rathausplatz ist voller Banner. Wer war denn so hobbylos? In deinem Alter hatte ich auch schon recht, also die Stimme, die ich jetzt habe, hat keine ultratiefe Stimme, aber schon eine recht gereifte Stimme. Ähm, aber ich finde das eigentlich besser, als wenn du halt klingst wie, hallo, ich bin Theodor. Boah. Nein, das ist gut, Theodor klingt auch so. In the middle of the night. In the middle of the night. Ja, ja, ich bin der erste geworden. Ja, nein, nein. Nein, ich habe Michi besiegt, Satshuwan, ich habe Michi besiegt. Nein, ich bin noch nicht drinnen. Easy. Nein. Nein, ich war noch nicht im Loch, was? Ist egal, wir können die easy bekämpfen, aber wenn die dunkel wären, hättest du eigentlich so voll schöne Augenbrauen, ne? Ja. Tja, das gleiche habe ich mit Braun. Dass du jetzt braune Augenbrauen hast, aber du das jetzt hell machst, oder was genau? Nein, nein, nein. Dass ich braune Augenbrauen habe. Ja. Ihr, ihr, ihr Kinder, ihr. Hört auf damit. Frechdachs meinst du wohl. Ja, ja, genau, Kinder. Braucht kein Mensch. Sorry, Tja. Mama. Nein, ach komm. Der Kommentar von deiner Bruder. Geil, eigentlich müsste der, eigentlich müsste der geklippt werden. Das ist jetzt die dritte Runde-Infolge. Nein, 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 das Auto. Ey, ist der gerade rückwärts gefahren? Schon wieder. Was? Was? Ich hätte dieses Scheiß fast... Das ist doch super. Das hat gezählt. Das hat gezählt. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich hab die Schulter ernst. Das kann doch nicht sein. Wirklich. Das ist jetzt die dritte Runde-Infolge. Ich bin zwar... Bombe. Seu, du... Nein, 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 auf dem Ding, auf dem Ding, auf meinem Ding, auf meinem Ding. Du willst mich doch verar... Zwei Buns sind vorne. Meinst du den? Ich? Meinst du den mit der Kinderstimme? Was? Was? Nur hab doch nicht so auf Larry rum. Deine Mutter. Leute, 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 ausdrucksweise nicht, nicht. Die Mutter willst du rausholen? Die arme Mutter. Ich kann was anderes rausholen. Leute, Mario Kart ist echt der kleinste Kinderkackmannschirm mit euch. Ich bin wieder der erste. Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Nein, die Blueschellen. Nein. Sie hängt, sie hängt, sie hängt, sie hängt. No, sie ist mir. No, sie du wickst. Okay, das war's. Nein. Nein. Ah, jetzt mal auf. Nein. Der Bus. Wieso bin ich ab? Das Auto. Das Auto hat mich zurückgeschoben. Das Auto. Nein, der Wump. Der Wump. Der Wump. Der Wump wegen dem Scheißblitz. Nein, das ist nicht Wump. Wegen dem Scheißblitz. Ja, das liegt halt daran, dass es das beste Marketing ist. Ey, ist der gerade rückwärts gefahren und hat mir damit das Scheiß-Item geklaut? Das kann doch nicht sein. Das ist doch jetzt nicht dein scheiß Ernst. Oh mein Gott, ich bin zweite wie auch immer, oh nein, ich war gegen die Wand. Ich war mit dem Unterprüfter. Nein. Nein. Ja, das ist jetzt hab ich nur gekarriert. Weil ich weiß nicht, in welcher Richtung ich... Nein. Nein, 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 nein. Mein Leben ruiniert. Oh mein Gott, oh mein Gott. Bin doch noch dritter geworden. Alles gut, alles gut. Oh mein Gott, hi Larry. Wie ist Josh die Erste geworden? Ich weiß nicht. Ich bin aber richtig stolz drauf. Also wow. Schon wieder! Diese Kargpilze, wirklich. Ey, diese Strecke entwickelt sich langsam. Wird ja noch schlimmer als Ninja Jojo. Schon wieder! Ach, wie du vor mir runtergefallen bist. Junge! Oh, holler die Weitweg. Hier die Überraschung. Hupsie! Ah, das ist doch nicht die letzte Runde! Das ist doch nicht... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja! In den Ernst, das ist doch nicht die letzte Runde! Easy! Was machst du da eigentlich dann? Was, was? Ja! Easy, mal holen. Das war besag. Diese Bombe! Oh mein Gott, die Walfe! Aber, dich überholen, aber ehrlich, schau da die Walfe! Ach, was werde ich da? Alter, ich kann nicht drei Meter fahren, ohne irgendwas in mein Gesicht zu kriegen und es ist nichts Weißes. Interessant, Löschen. Aus der Luft weg. Nein! Ey, ich hätte die Kack-Abkürzung nehmen können, aber nein! Ich hätte diese scheiß verfickte Abkürzung nehmen können, Alter! Ey, ich dreh gleich um! Ich war vierter! Dieser scheiß Panzer! Alter! Alter! Nee, sorry. Das war's mit Mario Kart heute. Bye! Sorry. Wir haben jetzt noch eine Stunde irgendwas anderes zu machen, aber wirklich, das gebe ich mir jetzt nicht weiter. Es geht heute gar nicht. Guck dich das an, es hat so viel verdammtes Eisen! Es... Ah! Liefer doch mehr, du scheiß Heil! Äh! Gott im Himmel! Leberwurst! So ekelhaft! Guck mal! Leberwurst! Wie schön warm mein Zimmer ist! Guckt euch das an, Freunde! Wow! 24,5! Mhm! 24,7! Ist sogar Gramm hochgegangen! Oha! Oh! Oh! Oh, das wollte ich gar nicht! Hupsala, jetzt habe ich Leberwurst ein Bienchen gegeben! Ich wollte dem Lawman eins geben! Ah! Kennt ihr das doch aus der Schule? Nein! Ich kenne das alles! Schoko-Schoko-la-la.. Schoko-Schoko-dee-dee-schoko-la-schoko-dee-schoko-la-dee! Welche Aps-Goladee! B understood to him! Is he keeps you!? Huu! Schnee, Snash, Snash, ha! Was war das? Irgendwelches Lüge. Ja, Theo. Hi. Hallo. Ich habe es dir gesehen. Was? Ursula, du musst mich retten. Ich bin das einzige Loch gefallen, was es da gibt. Stark. Sag mal. Junge. Jetzt reicht es auch mal so langsam hier mit den Skeletten. Das ist Point. Wir sollten die Sachen halt ausleuchten. So eine Schmutz, wirklich. Sharon, oh mein Gott, meine Kackleertaste. Sie funktioniert nicht immer. Ist das anstrengend? Hola. Danke. Hola. Früher haben wir sowas noch draußen gemacht. Für uns da. Hallo? Ja, sorry. Ich habe gerade das Neues nochmal angepasst. Ich hoffe, jetzt hat er... schon gesagt, dass dir der gute David da bestimmt beihelfen würde. Oh nein, bitte nicht. Oh Gott. Steht er an absolut dummen Positionen. Aber obwohl... Nein. Ich warne dich. Wehe. Wehe. Ich habe keinen Stern. Das wehe ist gottlos. Nein. Ja. Ich habe nicht mehr genug Münzen. Ich habe nicht mehr genug Münzen wünscht. Du hast mich so unnötig nach vorne geholt. Ich habe gerade uns beiden in Sternen versaut. Und ihr habt alle schon einen. Ich habe gar keinen. Jetzt hast du genug, Yoshi. Sorry, Bella. Das wird nichts mehr. Ich habe einfach nur ein Dressing gedacht. Ich wusste das nicht. Was? Ich bin gerade geflasht. Ich bin ehrlich zu sein, googeln. Du bist jetzt auch raus, Boris. Ja, klar. Ich muss doch schlafen. Ich muss mal um fünf aufstehen. Kein 200er Cup mehr. Nee. Aber ich bin für den Herzen. Für mich. Tust du mich, Babygirl? Ja. Das hat mich überzeugt. Das hat mich überzeugt. In den Massen schlafen. Geil. Ohne mich? Das ist ja recht. Du warst ja nicht da. Hä? Es ist noch Nacht bei mir. Ah nee, das ist das Dach. Lunge. Ich überhalte gleich. Ja, das stimmt. Aber wir sind trotzdem nicht eine Person. Wobei, wir liegen ja ineinander. Scheiße. Ei, 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 ei. Was? Was ist denn das denn? Das ist grabeis unerwartet. Der heisst denn, ja. Du betrachtest mich als Objekt, aber ich will noch keine Frau. Dein Spaß. Mach die Felsgän wieder aus. Madu. Für dich schenke ich dir A. Guck mal. Oh mein Gott, nein. Ich bin einer von ihnen. Jetzt mach Slashcrawl. 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 Nein. Nein. Schade, ich hab keine Schäge dabei. Oh Gott. Oh, tschüss. Oh. Okay, ich sag auch tschüss. Das ist jetzt nicht so gut. Ich will wieder abweisen. Was? Ist ja wohl voll aktiv. Strasse bauen, jetzt kann ich das hier hin. Und dann baue ich das hier hin. Und dann müssen wir Solaranlagen bauen, ne? Jetzt wie auf der Kirche ist genau. N-n-n-n-n-n-n-n-nächster Runde. Nächster. Eigentlich müssen wir uns so machen, warte. So, meine Damen und Herren, nächste Runde. Nächstes Glück. Let's go. Go. Entschuldigung. Das muss ich kurz auspacken. Oh mein Gott, das ist ja wie auf der Kürbis. Perfekter Moment. Dancing Queen von ABBA. Ich kann euch nochmal den richtigen Ausschnitt zeigen. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich hat euch das jetzt gerade die Ohren weggehauen. Es tut mir sehr leid. Ja, sorry. Ich habe vergessen, dass ich den Filter dann nicht ausgeschlagen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich es Montag schaffe. Alle nicht gespeicherten Fortschritte gehen verloren. Möchten Sie wirklich fortfahren? Vielleicht schaffen wir es ja sogar Sonntag. Das war doch jetzt gerade speichern, oder? Nein, ich habe es geladen. Ich habe auf Laden geklickt. Gibt es... Gibt es Autosaves in diesem Spiel? Scheiße. Was? Habe ich gerade ernsthaft 30.000 Einwohner gelöscht? Okay, ich glaube, er weiß nicht ganz, dass ich mit Fayox unterwegs bin. Guck mal, was ich kann. Mann, oder auch nicht? So, und dann kann man so weiter. Und dann verbinden wir das Ganze einmal wieder nach da unten. Sehr schön. Ah, ja. Perfekt. Die Leute haben Bock. Wir haben Janik schon geritten. Nein, geradet. Oh, Scheiße. Oh, no, Leute. Mein Gehirn. Ähm. Ja. So. Die Falle ist prepared für das Vieh. Ja. Noch ein Schweinehaus. Ah. Ach, du Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Oh, no. Das ist nicht gut. Ich bin lost. Warte, das ist schon geil, wenn du selber gucken kannst. Oh, Mann, ey, ich lieb's. Ist ja wild, Nino. Hallo, Clara. Bella ist doch ein Bügeleisen. Ist das jetzt Ironie? Verstehst du? Wegen Iron und Irony. Iron? Iron und Bügeleisen. Ich krieg nächstes Jahr. Nur blaue Flecken. Ich war gestern Karaoke singen. In einer Gay-Bar in Köln. Sag ich dazu nur. Äh, Akame. Bin ein Friesenjung, bin ein kleiner Friesenjung, und ich wohne hinterm Dein. Wow. Bin ein Friesenjung, bin ein kleiner Friesenjung, und ich wohne hinterm Dein. Aber ich hab nur einen Schwanz, ne, ja. Also, wär auch komisch, wenn ich zwei hätte, aber ich mein jetzt im Inventar. Warte, ich kann das auch machen. Jetzt hab ich auch einen großen Ausschnitt. Ich bin froh, dass ich grad nur den No-Chat-Modus anhabe. Ich möchte das nicht sehen. Sexy. Der Arsch vom Zug. Ja. Das macht uns an. Was hältst du von meinem Stab? Meine liebe Bro-Hu. Schau dir den mal genauer an. Guck mal. Groß und feurig. Und heiß. Hä? Hä? Dürfte ich mir die Waffe vielleicht noch mal etwas genauer ansehen? Ich glaube, damit ließe sich arbeiten. Du zeigst uns einen Ausschnitt. Ja, ich zeig euch einen Ausschnitt, ne? Hier, guck da. Würdest du vielleicht mit mir... Gib mir einfach die Sandstiefel. Ich verstehe. Ich zieh sie ja schon aus. Zeig mir deine Füße. Oh, mein oh Mann. Oh, mein oh Mann. Oh, mein oh Mann. A few moments later. Danke für das Kompliment vorhin. Hi, Faye. Oh, mein oh Mann. Oh, mein oh Mann. Oh Gott, was passiert? Ja. Hilfe. Was war das? Das war Faye. Er hat irgendwas abgespielt. Oh, ich habe mich gerade so erschrocken. Same. Was hast du getan? Ich glaube nicht so. Sie sind... Das ist Ihre Frau, Herr Mardu. Das... Hey, was geht... Hey, 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 hey. Hey, Leute. Meine Frau. Das ist jetzt aber wirklich Verletzung auf höchsten Grade. Das ist also im Gerichtssaal. Also, ich denke, da muss man nochmal über eine etwas höhere Entschädigung sprechen, wenn... Schauen Sie sich an, was... Also, naja. Wo ist denn jetzt der Kopf der Dame? Bitte? Nachträglich. Der muss anoperiert werden. Das geht noch nicht so eben. Hey, oh, ja. Also, das... Jetzt erst mal nochmal hier zurück zum Thema. Herr Mardu, das ist also... Sie gehen zurück zum Thema. Meine Frau, die blutet. Bleiben Sie bitte ruhig. Alles gut. Wir haben einen Sanitäter im Saal. Ich sehe keinen. Schwester Bella, wo ist denn hier Schwester Bella? Können Sie mal bitte die Dame verarzten? So. Eine Sekunde. Jetzt lassen Sie mich erst mal hier die Grundlagen... Ich denke, das reicht aber als Grundlage, dass der Herr Mardu Familie hat. Und ich denke, ich bringe sie jetzt mal ins Krankenhaus. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, da Ihre Frau aus irgendwelchen Gründen am Hals angeleint ist. Haben Sie vielleicht irgendetwas mit Menschenhandeln? Möchten Sie das was sagen? Nein, das sind so unsere Spielchen. Lassen Sie diese Spielchen bitte aus dem Gerichtssaal. Ihre Spielchen? Was darfst du hier unter Verstehen? Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht ansprechen. Naja, ich sehe diesen Einwand schon als wichtig an. Sie steht halt darauf, Mensch. Sie steht darauf. Ja gut, wir können sie jetzt nun leider nicht mehr fragen. Okay, also wir müssen uns merken, sie verfolgen uns einfach im Generellen. Das war eigentlich nicht so. Oh mein Gott. Ich habe gerade den Herzinfarkt meines Lebens bekommen. Danke für die 50 Bits an die unbekannte Person. Hä, das ist richtig gut. Und mit dem Controller zu... Ah! Norea. Hallo Norea. Wie süß das aussieht. Ja, mit einem Kürbiskorb. Mit einem halben, oder? Nee. Nee, nicht mit einem Kürbis. Ja, ähm, die Name-Tag ist davor bei mir und dann sah der halbiert aus. Der Kind ist... Sie heißt ab jetzt... Irgendwie spinnt mein Mausrad gerade. Boah, so müssen wir zu Halloween rumlaufen. Ach was? Ach, durch das gerade erschrocken. Free Pizza, yes. Quattro Formaggi. Quattro Formaggi ist die beste Pizza. Und dann nimmst du dir den Ventilator und klebst ihn hier mit A an. Und jetzt habe ich einen Stein mit einem Ventilator. Bis zum nächsten Mal.